Das Bild vor zwei Jahren, also in der Flüchtlingskrise, war wahrscheinlich auch anders, als es heute ist. Also damals diese Willkommenskultur und Angela Merkel, das war natürlich klar ein negatives Zeichen. Und Deutschland, da hat man, also man hat das nicht verstanden. Aber generell, glaube ich, sind wir doch auch sehr positiv zu allem eingestellt, was es mit Deutschland zu tun hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!